Die Geschwindigkeit Bei der Geschwindigkeit erzielt die Fujifilm Finepix HS50EXR ein gutes bis sehr gutes Ergebnis. Bei der Aufnahme von JPEG-Bildern sind 11 Bilder pro Sekunde möglich, allerdings nur für 6 Bilder in Folge. Bei der Aufnahme von RAW oder JPEG- und RAW-Bildern fällt die Serienbildgeschwindigkeit auf knapp über 6 Bilder pro Sekunde. Die Bildserie verringert sich mit 5 Bildern in Folge, aber nur wenig. Nach der schnellen Serie sind bei der JPEG-Speicherung noch 2,3 Bilder pro Sekunde möglich. Sobald RAWs aufgenommen werden, aber nur noch etwa 1 Bild pro Sekunde. Die Auslöseverzögerung und die Fokussierungszeit fallen mit 0,01 Sekunden bzw. 0,19 Sekunden sehr kurz aus. Auch beim Einschalten lässt sich die Fujifilm Finepix HS50EXR mit 1,67 Sekunden nicht viel Zeit. Zudem ist das erste Bild schon nach 1,43 Sekunden im Kasten. Insgesamt ist die Fujifilm Finepix HS50EXR damit zu den schnellsten Bitschmodellen zu zählen. Wartezeiten treten nur selten auf. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit der Kamera testet, sehen Sie im Folgenden. dkamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwändigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit.